Moin Leute, willkommen zum Madison Newsletter of the Week. Ich bin Phil und heute stelle ich euch Hydroponic vor. Hydroponic ist ein spanischer Hersteller, der sich eher auf den Bereich Freeride und Downhill orientiert, wie ihr hier seht an diesem Brett. Drops through montiert, Twin-Tip, schön fürs Freeriden, auch mit den Bolzenachsen verbaut, die ihr kennen solltet. Auf jeden Fall schon eine hochwertige Angelegenheit. Oder hier auch so ein bisschen Downhill orientierter Dragon Top Mounted mit verstellbarer Wheelbase, um da ein bisschen variabler zu sein und das für seine Vorlieben einzustellen. Auch bietet Hydroponic, wie ihr hier seht, diesen kleinen Pintail Cruiser mit einem Kicktail. Schöne Randal Nachbauachse, reicht auf jeden Fall um ein bisschen durch die Stadt zu cruisen. Alles in allem, Hydroponic können wir sehr empfehlen, weil wir auf jeden Fall überzeugt sind von der Qualität und dass sie auf jeden Fall was in dem Preis-Leistungs-Hältnis sehr Gutes bieten. Das war's von mir diese Woche. Wir sehen uns nächstes Mal. Euer Phil 3 3 4 6 5 6 6 7 7